Katrin Ackermann ist eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Leben Katrin Ackermann ist eine Tochter von Hans Ackermann und Elisabeth Geb. Albert Elisabeth Ackermann heiratete in zweiter Ehe den Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Somit ist Wilhelm Furtwängler der Stiefvater von Katrin Ackermann. Katrin Ackermann war mit Bernhard Furtwängler, einem Neffen Wilhelm Furtwänglers, verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter ist die Schauspielerin Maria Furtwängler. Die Politikerin Katinka von Ohaim war Katrin Ackermanns Großmutter mütterlicherseits. Katinka von Ohaim war in zweiter Ehe mit Ernst Albert verheiratet, einem Sohn des industriellen Heinrich Albert. Dieser Ehe entstammte Elisabeth Ackermann. Aufgewachsen in Lausanne absolvierte Katrin Ackermann die Otto-Falkenberg-Schule in München. 1959 debütierte sie am Bayerischen Staatsschauspiel München, wo sie von 1961 bis 1979 wirkte. Danach trat sie als freischaffende Schauspielerin insbesondere an Münchner Privatbühnen auf. In sehr unterschiedlichen Rollen war sie auch in Filmen und im Fernsehen zu sehen wie Z.B. in den Fernsehserien die glückliche Familie und Vater wieder willen. Neue Popularität erlangte sie zuletzt in Folgen der Krimi-Riot-Tatort als Mutter der Kommissarin Charlotte Lindholm, die von ihrer wirklichen Tochter Maria Furtwängler gespielt wird. Als Synchronsprecherin ließ sie ihre Stimme unter anderem der Schauspielerin Katie Sagal für ihre Rolle der Peggy-Bandie in der Serie Eine schrecklich nette Familie. Katrin Ackermann lehrt als Dozentin für Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie August in Wadingen München im Studiengang Musical. Katrin Ackermann ist geschieden und Mutter von drei Kindern. Filmografie 1959 Drillinge an Bord 1962 Bekenntnisse eines möblierten Herrn 1963 Wochentags immer 1965 Alarm in den Bergen 1967 Herrliche Zeiten im Spessart 1969 Nur der Freiheit gehört unser Leben 1970 Unter den Dächern von St. Pauli 1970 Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger 1971-1974 Arsene Lüppel 1975 Der Kommissar Sturz aus großer Höhe 1977-1978 Tatort 1977 1978 Der Feinkosthändler 1979 Dr. Snuggles Stimme Quiffy 1984 Ein Fall für zwei Zuckerbrot und Peitsche 1987-1989 Die glückliche Familie 1990 Zwischen Pankow und Zehlendorf 1992 zu 1995 Als die Tiere den Wald verließen mehrere Stimmen 1995 Rosamunde Pilcher Sommer am Meer 1995 Vater wie der Willen 1997 Kleines Arschloch Mehrere Stimmen 1998 Barbara Wutt Herzflimmern 1998 Liebe und weitere Katastrophen 1999 Die Häupter meiner Lieben 2003 Ich back mir einen Mann 2004 zu 2015 Tatort als Anne-Marie Lindholm 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2007 Erntedanke 2007 2008 2009 Punkt 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 2009 2010 2012 2012 2014 2015 Spielverderber 2005 Und ich lieb dich doch 2006 Das kleine Arschloch und der alte Sack Sterben ist scheiße Stimme der Mutter 2007 Kinder Kinder 2007 Kommissar Stuhlberg Gekauftes Glück 2007 Mama arbeitet wieder 2012 Nicht mit mir Liebling 2014 Die Dienstagsfrauen Sieben Tage Sieben Tage ohne 2015 Soko Wiesma Ein Bruder Zum Verlieben What's Die Dienstagsfrauen Die Dienstag Die Dienstag Was